Hallo und herzlich willkommen bei Plux Playtest mit The Bureau XCOM Declassified Folge 33. Wir sind gerade hier mitten in einer Mission und müssen uns wohl rauskämpfen aus dem feindlichen Gebiet. Und zurückfinden zu unserer Landing Zone. Jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Da sind schon wieder Aliens als Feinde. Okay. Das sieht doch schon mal danach aus, dass ich den Weg hier nach vorne bewege. Und dahin. So. Das hier mit Phantom Elite. Take him down. So. Der Kollege. Der könnte den Long Range brauchen. Nee. Da war was anderes. Der läuft bis dahin. Over there. Quiet. Over the way. Setz sein Turret. Setz sein Turret. Setz da. Place a mine there. Und erschießt. That one. Attack! Not hit. Ich lege. Blob deployed. Bandos, watch it. Friendly drone out. Up and away. Ich lege hoch. Du sitzt hier noch im Ari-Streik. Get me artillery. Und schießt da noch auf. Attack! Attacking your target. Take it easy. Watch it, fellas. Put it down. Orson, inbound. They're on the defensive. That's a kill. So. Trust. Almost got it down. Ok, so... So... Du plogst und gehst mal die Jungs von der Seite an. Schießt den hier. Du feuerst. Gehst dann hier in den Kopf. Geht dann hier in den Kopf. Und er schießt den hier. Das ist dein Ziel. Geht jetzt! Geht jetzt! Ich bin bereit! Oh man, ist aufgeräumt. Das sieht aber gut aus. So, ansonsten... Polizei der Elite. Irgendwann wird er schon erschießen. Geht jetzt! Geht hier! Geht jetzt! Geht es raus! Geht jetzt! 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 Einmal im Track! Das ist aber im Rott! Dann darfst du auf dieses Fahrrad schießen. und du darfst näher ran, das ist nicht zu weit weg. Rotary, Plasma, Targets, Clips... So, gibt es hier noch Waffen da drunten. Das ist jetzt voll, wunderbar. Dann geht es weiter da hoch. Mal gucken, was gab es hier? Nichts weiter. Und los gehts. Ohhhh, wieder mit Kurs. Facts Schematics, Unarmored, Gebring. Mein Herz wurde gebrannt. Ohhhh, sehr schön. Und weiter gehts. Auf unserer Suche nach einer Alternative, auf einem Alternative Weg zu unserer Abholzone. So, dann los. Ab auf das Dach. Und wieder Funken. Und wo kommen sie her? So, der Kollege. Ja, Crap, komm ich nicht hin. Ich brauche hier... Was ist denn heute los? Die Drohne wird ausgejagt. Und ich brauche... Die Älter. Oh, das ist schon mal. Ich glaube, ich habe noch eine Chance, dass ich das Krieger bekomme. So, und du hast da noch eine Bombe. Wo darfst du den Schiffen? Bambalam. So. Jetzt kommt noch eine. Oh, fuck. So. Nein, ich laufen und schießen. Hier, confirm. Put a mine there. Focus on that target. Attack. Firing on your target. Oh, grab da hinten, kommen die nächsten Das Tarot braucht noch 20 Sekunden Das ist schlecht Das ist schrecklich Das ist ein Schreiber Das ist schrecklich Das ist schrecklich Das ist schrecklich Das war's. So, als erstes... Dann... Schießt das Ding. I'm in this position! You're shielded! I'm in this position. Alley-oop! Glob deployed! Hit it hard! Cloak! Healing engaged! Get behind that! Take an aim! In place! Take it out! Take an aim! Shield it down! Hit it now! Mind that area! Mind deployed! Attack! Targeting! Moking now! Friendly drone out! That's your target! Attacking your target! Take cover there! On the move! Ready! And be down! Take it down! Copy! Targeting! Target down! Focusing on that target! Targeting down! Target down! We showed that some bitch, didn't we boss? Barnes, get us out of here! With pleasure! Coming in! So! Damit ist diese Mission auch erledigt! Und es geht zurück in die Basis! So! Wunderbar! Ja! Ich hoffe es hat also viel Spaß gemacht! Und wir sehen uns bei der nächsten Folge! Tschüss! Und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!